Hast du einen schwachen Magen, wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Aber vorerst nur die Hauptkampagne. Ja, weil das DSC scheiße ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich bin bereit. Ja, ich jetzt offiziell auch. Gut, dann fangen wir an. Nein, es fängt gleich an. Du hast aber die Möglichkeit auf Abbrechen zu gehen. Soll ich es tun, soll ich es tun? Ah, nein. Es hat mehr als ein Jahr seit der Abbrechung. In all that time, I've only come across one other survivor. If you get bitten, you become one of them. But not us. We didn't know why we were special and we didn't care. Just glad we wouldn't still be walking around when we were dead. But we wouldn't endure the pain of being eaten alive. If it came to that, we'd bite down on the capsules and be gone in seconds. But we'd run out of food and water and our last barricade had fallen. There was an abandoned truck at the local gas station. We had to get to it. Gut, dass nochmal die Steuerung anzeigt wird. Mhm, das ist nämlich auch nochmal praktisch für mich. Ah, ich muss nämlich nochmal kurz schauen, bevor wir anfangen. Ja, okay. Also, wenn du willst, wir können starten. Äh, ja. Machen wir. Der Anfang. Örtliche Tankstelle, juhu. Ja, da wollte ich sowieso heute noch hin. Also, da ist ja praktisch. Und boom. Hallo, ihr Zombies. Hallo, schüss, ihr Zombies. So, da haben wir schon mal die erste Kiste. Da, was haben wir dann? Geld, juhu. Gottsprache, es öffnet sich bitte ein Tor. Doch ja, ich fand die Zombies vorher. Äh, so früh schon mit solchen Weisheiten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie lebt man eigentlich gleich wieder nach? Muss man zwar... Äh, draufdrücken. Okay, ja. Genau. Ist man auch gerade... ...gekommen. Und runterfallen, ja, sehr schön. Ja, wenn dann schon mit Ansturm, ja. Wenn dann schon, denn schon. Und pam. Ich liebe immer den Powerschuss. Äh. Ach, wir sind echt doof. Uäh. Sehr schön. Der hat direkt ein paar Zombies explodiert, zum Explodieren gebracht. Und du hast eine Trühe übersehen, du hast Geld übersehen gehabt. Ich hab's schon genommen. Na, schade. Juhu. Geld ausgeben. For the win. Achso, jetzt hab ich grad gedacht, scheiße, jetzt kommt der runter, aber... ...das ist ja nur zum Erschrecken. Was haben wir denn hier? Ähm. Äh, ich schau grad selber, ich hab 43.000. Ich tue auf jeden Fall das Magazin aufhören und auf jeden Fall... ...die Feuergeschwindigkeit um die Durchschlagskraft. Auf jeden Fall schon mal. Weil die Standardwaffe ist irgendwie noch die, ähm, bessere von den Leuten. Äh, ich hab mir schon mal, äh, die Maschinenpistole mir schon mal genommen. Ja. Aber das Gewehr schon mal... ...schau. ...aufgerüstet, warte mal kurz. Stimmt, ich kann ja... ...ah, da, 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 da... Das ist noch 20 Sekunden Zeit. Ja, 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 ja. Ich schaue mich nur durch was gute Eigenschaften. Äh, ähm... Jo, das passt. Passt dort. Ja, kommt, super. Ja, ich hab mir gleich meine Rüstung ein bisschen verändert. Juuu, Geld. Und ein Zombie. doch der macht mir kein Problem wer ohne Mann Pamm macht's immer er wird wo wir Geld suchst ich schon mal ach schießt es ab, schießt es ab, links hättest du wissen mal müssen während ich davor stand natürlich halt gleich Pamm macht und ich hätt' gelacht weil du tot gewesen wärst dann glaub ich das gelacht hättest sicher hätt' ich gelacht dann wärst du aber der einzig überlebende gewesen das hätte dein Charakter traurig gemacht äh ja natürlich wär ich traurig gewesen ihr seid Zombies und ich bin nein und du wärst gleich tot gewesen hättest du nicht aufgepasst hättest wärst du gleich tot gewesen hast du die Trophäe wo man die Autos explodieren lassen muss äh keine Ahnung ähm ok ich weiß ehrlich gesagt nicht ich hab jetzt schon ewig nimmer in die Trophäen geschaut und ja Geld warum erinnert mich das grad so stark an Resident Evil muss er waren Schätze und hier bauen wir Geld müssen wir unbedingt Alt warte jetzt hab ich auch was entdeckt ich hab mehr Geld als zu genau das ist schön äh ich weiß ja warum wir jetzt eigentlich da schon wieder hin müssen äh weil ich die Durchschachtskraft meiner Waffe nochmal erinnere und nochmal die Feuergeschwindigkeit ahja ums mal äh aus Interesse zu erwähnen ja so ich will auch noch erwähnt ich hab übrigens ein neues Mikro hab ich das darum einiges besser aufnimmt er wird er der Himmel Geld Uhr Fack hey da ist einer ähm brauchst du das hier? Was? Das Medipack der Post Nein Okay mach mal Geld draus Danke Das kann man kaputt machen? Sicher Du musst nur auf die äh Schlagtaste drauf drücken Das hab ich Okay das hab ich jetzt nie gewusst ich bin eigentlich immer Kann man das verschieben? Zeiger dachte das kann man verschieben hier Jawoll Nein Oh das sind ja Zombies Warte Machen wir mal ein bisschen Hey Moment Geld Geld Oh Kein Geld mehr Doch Geld Sack Sehr schön Äh wo bin ich? Achso War grad total perplex Ah Ja Guter Sinn Nein Nein Nicht an den Getränkeautomat Die Idioten Die Idioten Zeiger dachte du jetzt hinse abgeschossen? Nee Die Zombies waren neu Die haben aufgeschlagen Jetzt LC Die Idioten So Diese Gehirn losen Zombies Kein Monat die Gehirn wollen. Warte, warte, warte. Wie schmeißt man gleich wieder eine Granate? Mit R1, glaube ich. Da schieße ich. Eine L1, meine ich ja. Warte mal. Hinter dir. Und. Jawohl. Schön. Schön. Ich schaue schon wieder einen Zombie. Und hinter dir sind auch welche. Und. Vorne bestimmt auch. Merza. Komm. Pam, pam. Sehr schön. Da geht's zwar weiter, aber pass auf, nee, ich möchte dann nix hier liegen lassen. Das ist wohl warm. Hey, du entfernst dich. Aus gutem Grund. Immer diese Zombies. Kein nervig. Ist ja so, als wenn die fast die gesamte Stadt verseucht wäre. Ach, nee. Sag bloß. Nein, nein. Kein Wagen kaputt machen. Zumindest vorher ist es noch nicht. Ich muss nämlich auch noch Geld einsammeln. Ähm, hier steht mir im Weg. Jetzt kannst du von mir was in Luft jagen. Jetzt ist mir wurscht. Kapum. Kapum, kapum, brabum, macht das. Ah, scheiße. Okay, der weiß mal, ich glaub ich, er nicht hinkommt. Äh, ich hab's schon alles eingesammelt. So. Huhuhu. Ach, klagen. Da ist ein Dicker. Aber war ein Decker. und hier sind ganz schön viele die haben mir weh getan oh nein verhause ihn das ist wie so eine grundschule auf fingerzeig der hat mir weh getan ja ist doch wahr jungen jungen sind das viele zombies aber da merkt man mal wieder das leben ist volle überraschung dabei ist die maus kein faden ab und dann rollen auf stein setzt er muss an ok genug für heute glorreichen weisheiten wo kein keine sau interessiert so durch das kraft hat noch und dann wird das hier kurz gewehr eigentlich fast aufgewertet und das rest vom geld behalte jetzt erst mal warte warte ach so da ist mal einer oder wie ne da war ähm midi pack war da ich hab doch gesagt da ist einer wo kam der denn auf einmal ja glaub mir halt mal wenn ich was sag ach so ich hatte das ich hatte mein deshalb medipack muss halt sein da ist ein untoter das habe ich nicht einmal den habe ich nicht einmal gesehen also das medipack ach so dann mit der mp das so ja bloß naja nochmal mal ganz einfach kaputt muss auch der bildschirm verwirrt mir das nicht schau immer rechts unten hin dabei ist es ja deine anzeige rechts unten ja muss er links schauen ach so da ist keiner hast du noch keine ahnung ne doch äh nein da muss müssen halt die muss halt mein gewehr hinhalten das ist einmal noch tot 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 so so Geld äh zerschlag eins davon mal äh ach so die sind eh auf der anderen Seite dann bringt das nicht viel macht halt Boom auf Kommando aber ich gebe dir mal einen Tipp wenn du irgendwer wach hast wo du schnell nachladen musst ich würde danach immer schnell die Waffe wechseln weil dann ist er gleich aufgeladen weg 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 naja ich wollte ihn noch kurz im Nahkampf an Chuck Norris' Roundhouse Kick verpassen so und bist aber nicht Chuck Norris ja du auch nicht da darf nur Chuck Norris serve das und äh Freunde von Chuck Norris hua weg weg das ist ein bisschen Geldflöten dann gehen ne das hab ich eingesammelt ne das hab ich eingesammelt was da war stell dir mal vor ja das sind ja noch die einfachen Levels später wird's dann interessant das Spiel ist allgemein sehr einfach ja wir spielen ja auf Hirntod das hast du zu verraten wie kannst du nur und nein wie kann ich denn nur das ist eh nur der hier das war jetzt glaube ich zu früh ach kann mich halt nicht zurückhalten tut mir leid so ja jetzt haben wir ein bisschen Feierabend kurz im Moment so ja Himmel achso ich hab achso ich hab du noch die oh ich bin auf dich am Ballern oh sorry danke für mich blöse Arschloch ich dachte dir sagen warum tut das mir würde ich niemals meinem Lehmann vertrauen achso ich dachte mir halt rum warum passiert denn nix und amt und da seh ich grad oh da bist der ja du ich kann's nicht töten ne hier ist nix halt ok da ja dann war's schon mal das war Level 1 das war Level 1 ja juhu ich hab ähm plus 19 ich hab 300 ne 463 getötete Zombies 463 hab ich nämlich auch echt 305 Multiplicator plus 6% und Beute gefunden 82% plus 8% hm nicht gestorben Bonus plus 5% 14 Minuten so in Ordnung oh Teamwork so viel hab ich gekriegt und alle waren live dabei juhu naja so weiter ich bin schon auf weitergang ich warte nur seit Jahren auf dich achso äh nein online-server nein wollen wir nicht wollen sie senden würde ich abbrechen ja will ich mit der nächsten Mission fortfahren